Die Sozialwissenschaften umfassen jene Wissenschaften, die Phänomene des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschentheorie geleitet und oder empirisch untersuchen. Beschreibung In den Sozialwissenschaften werden Strukturen und Funktionen sozialer Verflechtungszusammenhänge von Institutionen und Systemen und auch deren Wechselwirkung mit Handlungs- und Verhaltensprozessen der einzelnen Individuen analysiert. Vereinzelt werden im deutschsprachigen Raum auch Studiengänge unter der Sammelbezeichnung Sozialwissenschaft oder Sozialwissenschaften angeboten, wie etwa an der Humboldt-Universität zu Berlin, der Universität Bielefeld, der Universität Trier, der Ruhr-Universität Bochum, der Universität Stuttgart, der Universität Augsburg, der Justus-Lebig-Universität Gießen, der Universität Mannheim, der Universität Düsseldorf und der Universität der Bundeswehr München. Diese Studiengänge ähneln zumeist soziologischen, politikwissenschaftlichen und oder wirtschaftswissenschaftlichen Fachstudiengängen, betonen aber durch die Bezeichnung ihre interdisziplinäre Ausrichtung. Sie sind oft durch eine vertiefte statistische Methodenausbildung gekennzeichnet. Seit Anfang der 80er Jahre gibt es an der Karl-von-Orsjetzki-Universität Oldenburg einen Diplomstudiengang Sozialwissenschaften, bestehend aus den Einzeldisziplinen Politikwissenschaft, Soziologie, Ökonomie, Öffentliches Recht, Statistik und empirischer Sozialforschung. An der Georg-August-Universität Göttingen gibt es ab dem Wintersemester 2011 zwölftel einen Bachelorstudiengang Sozialwissenschaften, der sich von den oben genannten unterscheidet. Dort können in einer breiten Ausbildung alle Fächer der Fakultät sowie Wirtschafts- und oder Rechtswissenschaften frei gewählt werden. Umfang Im weiteren Sinn zählen zu den Sozialwissenschaften folgende Disziplinen Anthropologie, Demografie, Ethnologie und Volkskunde, Kindheitsforschung, Kommunikationswissenschaft, Medienwissenschaft, Publizistikwissenschaft und Zeitungswissenschaft, Kunstwissenschaft, Kulturwissenschaft, Ökotrophologie, Pädagogik, Politikwissenschaft und frühe Staatswissenschaften, Psychologie, Bedürfnisforschung Was auch Teil der Gesundheitswissenschaften ist Religionswissenschaft Soziale Arbeit Sozial- bzw. Humangeografie Sozialgeschichte Sozialmedizin Salutologie Pflegewissenschaft Diakonik Sozialphilosophie Sozialethik Soziologie Sportwissenschaft Sprachwissenschaft Verwaltungswissenschaft Wirtschaftswissenschaft Abgrenzungen In den Sozialwissenschaften werden wissenschaftliche Methoden verwendet. Die zum Teil mit denen der Natur und zum Teil mit denen der Geisteswissenschaften verwandt sind. Deshalb ist die Abgrenzung schwierig. Es gibt keine einheitlichen Regelungen jenseits der Traditionen derjenigen Institutionen, die die Begriffe verwenden. Der Begriff entstand einerseits in Abgrenzung zu den sogenannten Naturwissenschaften, denen die Sozialwissenschaften sich jedoch in der post positivistischen Richtung annähern. Ein wesentlicher Unterschied wird hier darin gesehen, dass die Objekte der Naturwissenschaften die Prognosen der Naturwissenschaftler nicht zur Kenntnis nehmen können und also durch sie auch nicht beeinflusst werden. In den Sozialwissenschaften sind die Objekte der Forschung jedoch auch handelnde Subjekte. Sie können sozialwissenschaftliche Prognosen zur Kenntnis nehmen und in dieser Kenntnis genau das auch tun oder genau das nicht tun. Dadurch wird die empirische Prüfung sozialwissenschaftlicher Aussagen Z.B. durch Experimente auf eine andere Weise schwierig, als es die naturwissenschaftliche Prüfung ist. Logisch wird diese Differenz Z.B. in der Günther-Logik behandelt. Unterschieden wird hier mitunter im Anschluss an Wilhelm dem Detail zwischen den eher auf Verstehen ausgerichteten Geisteswissenschaften und den auf Erklären bedachten Sozialwissenschaften. Der Soziologie Max Weber hat allerdings auch klar gemacht, dass das Verstehen die Basis jeder sozialwissenschaftlichen Arbeit ist. Insofern schon der erste Grundbegriffe der Soziologie, der Begriffe des Handelns, nur durch den Begriff des zu verstehenden subjektiven Sinnes definierbar ist. Daher ist Erklärung in den Sozialwissenschaften auch zuallererst erklärendes Verstehen. Angesichts der Tendenzen zum interdisziplinären Arbeiten ist diese Unterscheidung denn auch relativiert worden. Eine modernere Begriffsbildung fasst mit der Bezeichnung Human Wissenschaften alle Wissenschaften zusammen, die irgendeinen Aspekt der Menschen zum Untersuchungsgegenstand haben. Darunter fallen sowohl die Geistes- und Sozialwissenschaften als auch wenige Naturwissenschaften wie beispielsweise die Humanbiologie oder Medizin, siehe auch, Portal.